Hallo und zurück zu einer neuen Folge RIM. So, in der letzten Folge haben wir uns ja an den schwarzen Männern da vorbeikämpft oder schwarzen Gestalten. Ich weiß es nicht, was die machen, was die können. Die saugen uns wahrscheinlich die Seele raus. Und es hat irgendwas mit den Robotern hier zu tun, die wir in der letzten Folge gesehen haben. Dass uns hier eine Tür geöffnet wird. Ich komme ja schon. Ich komme doch schon. Und ich muss wieder schwimmen wahrscheinlich. Oder? Ne, muss ich nicht. Oh, ja. Ja. Wie komme ich da rein? Kannst du mir das mal erzählen? Okay, hier können wir durch. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Okay, können wir nichts machen? Hier werden wir nicht hochkommen? Nö. Und hier sieht es aus, als ob man irgendeine Art Kugel in so einen Baum reinlegen muss. Okay, da ist ein Schlüssel, den haben wir aber noch nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hier rein. Okay, hier müssen wir eine Kugel reinlegen, die wir nicht haben. Da ist auch ein kleiner Gang. Und hier gibt es auch schon was. Ey, das ist so krass. Ah, Strike. Okay, dann haben wir doch den ersten Schlüssel schon mal. Müssen wir hier noch was machen? Da wäre ja eigentlich auch noch eine Tür. Okay, dann geht die hier auf. Ah. Das wird der Baum sein, wo wir vielleicht so eine Kugel reinlegen müssen. Genau, oder das Auge. Keine Ahnung. So, wollte ich aber erst die anderen Türen noch machen. Es sind ja noch zwei. Geil. Also gehen wir mal einmal hier rüber bitte. Und die da drüben, wie können wir denn die öffnen? Okay, hier ist gar nichts. Wie können wir diese Tür öffnen? Ja, der schaut mich bloß an. Das ist das Problem. Das bringt mir so nichts. So komme ich dann nicht rüber. Da muss ich wieder runter anscheinend. Also wieder runter, eine Art Fahrstuhl oder sowas. Okay, wenn ich den jetzt hier von hier oben aus... Kann ich den von hier oben aus bewegen? Ne, kann ich nicht. Okay. Einen anderen Weg nach oben gibt es fast nicht. Okay, dann legen wir den Schlüssel da ein, würde ich sagen. Weil die Schwarzen sind ja jetzt weg. So, jetzt muss ich mal schauen, jetzt wird die Kugel wahrscheinlich aktiviert worden sein hier, oder? Ne. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das jetzt aufgeht. Okay, ist nicht aufgegangen. Dann müssen wir da drin schauen, wie es denn hier weiter geht. Das geht nicht. Ah, da ist was. Okay. Okay. Hä, wie jetzt eine Kugel hier? Das ist jetzt die Kugel, wo wir in den Roboter reinlegen müssen. Oh. Aber ich habe da hinten noch was gesehen. Äh, so ein kleines Podest oder so eine kleine Statue, wo wir was drauflegen können. Könnte ja eventuell sein. Und zwar da. Ich weiß nicht, ob das dafür gedacht ist. Ja, okay. Ist dafür gedacht. So, hier können wir auf jeden Fall was schieben. Hier ist zu. Da ist wieder so eine Statue. Und da ist aber auch zu. Und wo muss die denn hin? Dann komme ich nicht durch. Wo ist es einzig. Und hier, oder? Ich habe den Punkt. Ich habe ihn nicht. Er. Ich habe es nicht. Überrasch. Das ist natürlich nicht. Dann habe ich mich schon mal. Ich kopp. Ich habe ihn. Nein, nicht. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Dann geht es hier wieder auf. Jetzt warte mal, wenn ich jetzt das hier... Wenn ich jetzt das hier runternehme, dann geht das... Normalerweise nicht zu, oder? Okay. Kapisch! Dann können wir das hier drauflegen. Sehr cool gemacht, muss ich sagen. So. 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 Oder hier reinschieben Hier sieht es fast so aus, gell? Wie so ein Dass man es da platzieren sollte Also rein von den Malereien am Boden Könnte es eigentlich da sein Stellen wir es einfach mal hier drin ab Okay Richtig Bleibst du hier? Jetzt haben wir das Auge schon mal Hehehe Okay Okay Kommen wir jetzt hier rüber? So Dann schieben wir den nochmal weiter Ich muss aber dort rein Wir haben aber mehrere Plattformen Also hier ist ja irgendeine Art Produktionsstätte oder sowas Ah und da oben sind auch schon die Füße Jetzt warte mal Wenn wir den jetzt hier nehmen Den haben wir ja freigeschalten jetzt Jetzt packen wir den mal hier rüber Okay Wir sind wieder eine Etage Wahrscheinlich Komplett woanders Ah wir sind jetzt oben Und dann schauen wir doch mal hier durch Das geht eigentlich Wenn man einmal das Spielprinzip mal verstanden hat Mit dem raufsetzen und sowas Dann geht es eigentlich So Jetzt bitte nicht zusammenfallen Ja? Nicht kaputt gehen bitte 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 Nicht kaputt gehen So wir müssen jetzt anscheinend schauen Dass der da unten reinkommt Aber wie kriegen wir die Tür dort auf? Ah ich glaube ich weiß schon wie Ich glaube wir müssen den antreiben mit der Kugel Alter Ja 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 Ich weiß schon Die Kugel ist praktisch Glaube ich seine Energie oder sowas Also mit der hat er Energie So Jetzt kommen wir her Okay Macht nix Aber hier steht es eigentlich Oder Muss ich das hier machen vielleicht Dass der auf mich zukommt dann Machen wir das mal hier Nee Ah Jetzt warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Ich hoffe mal nicht dass der kaputt geht Ich glaube der folgt der Kugel Oder kann das sein Ja Jetzt geht er rein Egal Okay Okay Warte mal nicht Ablegen vielleicht Ablegen vielleicht Ha 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 Wow Das war doch nicht ein Trend. Das war doch nicht. Ah, das geht nicht. Okay. Wie kriegen wir den dann da durch? So, warte mal, nehmen wir mal... Der macht nix mehr. Okay. So, warte mal. 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 Das Zeichen zeigt mir hier oben hin. So, warte mal. 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 Vielen Dank.